Jut, ich hau ab, mir reicht's. Ach nee, warte mal. Ich könnte mir doch Taquilas-Fratze holen. Wo liegt denn ihr rum? Da hinten in den scheiß LKW? Ich verrate das hier nicht. Ich hab acht und halb Minuten. Wen haben wir denn hier schönes? Drei Spender, ne bitte? Da hab ich dich doch. Schießt'n Auto-Munition. Ja. Was denn? M855. Ach so. Aus der AK 100 Spur. Dann trech dich doch mal um. Den hast du doch schon ersten Ausgang. Ach so, stimmt, du hast recht. Nimm den mal bitte. Sehr gut. Danke, Dr. Frank. Dr. Stefan Frank. Das war gut, ja. Darum sind die Skepsis vertrauen. Du sind nicht erst rechts rüber, Richtung Medic. Ja, danke Dr. Stefan Frank. Du hast natürlich recht. Geil. Nein. 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 Es steckt einfach. Keine Ahnung, der Trottel ist. Nein. Soll das bloß den Feuermodus umstellen, oder? Nein. Da ist das. Ja, schmeißt alles was ihr habt. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Okay. Ich hab ein Archiv mit freigeschalten, jawoll. Geil. Den dummen Takila, seine Schweißer Fresse. Schönes Ding. Ach, A12 ist gar nicht so verkehrt, die Waffe. Die bereist doch kaum. Der liegt doch, dieser dummen Bein. Guck, wo ich die Wand... Na, gleich. Ich renne gleich. Alter! Ich dachte, ihr seid das. Wo denn? Schießt du? Ey, aber schießt nicht auf mich. Trotz Nasen. Nein. Ich sitze hier am Archiv da immer noch. So, die sollten jetzt wieder sammeln, oder? Ich zeig dir hier... Ich bin gegenüber dem hier. Ach Gott, okay. Ja, ich hab hier noch einen PMC gekillt. Ja, ich sehe jetzt noch einen PMC irgendwo. Du kommst jetzt grad zu mir, oder? Ja. Komm noch mal gucken, wenn man kann. Das war eben getrieben. Irgendwas habt ihr erschossen. Ja, da war noch einer an dem blauen Zaun. Ist das noch tot, oder ist das tot? Wo ist der Matze? Ich bin hinten schon am letzten. Ah, okay. Bei unserem regulären Exit hinten. So, den hast du, oder? Ja, den einen hab ich. Hier ist noch... Äh? Hier war doch Schattenhöhmer. Ja, da ist noch einer. Ja, der hat runtergeraten sogar in den Gang rein. Eizios. Der hat noch Scheißmonie, okay. Factory is going. Was in den Gang? Ja. Ja. Da runter hier, wo das Boot hier ist. Da unten rein geraten. Ja, hinterm blauen Zaun ist da noch einer. Das war der aber nicht. Der war ja hier vorne. Am Anfang. Ja. 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 Das geht doch eigentlich gar nicht. Nicht doch. Was geht? Eigentlich gibt's nicht. Das sind ja schon mehr wie eigentlich um die Karte dürfen, Mensch. Ja. Das ist ja... Was? Hast du dich jetzt auch noch gekillt? Nee. Noch nicht. Mach das raus. Ey, es sind auch noch zwei mindestens. Na klar. Da waren noch einige. Da hinten ist bei uns abgehauen, unwunder. Das ist wahr, da. Dumme Kleine. Ja. Scheiße. Was ist denn das Arschlo? Ja. 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 Ich hab ja noch zwei BMCs über den Haufen genutzt. Nein, ich bin sieben. Alter, was ist denn los? Ja. Die wollen uns noch verarschen. Na klar. Oh, hier. Ein Matroso. Oh. Ich hab ja. Oh ja. Oh, hier. Okay. Gut, ich hau ab, mir reicht's. Ach nee, warte mal, ich könnte mir doch Taquilas Fratze holen. Das ist es überhaupt. Das zählt, Junge. Ach, das zählt nicht. Wo liegt denn ihr rum, da hinten in den scheiß LKW? Ich verrate das hier nicht. Ich hab 8,5 Minuten. Was? Das ist schon lange weitergerufen gewesen. Ich weiß nicht, die da hat das noch ewig her. Werde euch schon finden, gehen wir so unter. Den Gang runter, den trägst du gegen Sie da her. Aber der war nicht mehr da. Dann kam er doch nochmal. Ach, du hast sie wohl gar nicht eingesammelt? Eingesammelt hatte ich so kurz, ja. Da haben die so dumme, die und sie. Einer ist gefallen, der andere ist abgehangen. Die Tür kommt hinterher. Da ist das dämische Gang runter. Der Junge, der bringt immer rum. Wo sie kennenlässt. Wen haben wir denn hier schönes? Drei Spender, ne bitte? Da hab ich dich drauf. Ah, geil. Na komm her jetzt. Aber am Film wird die Maske nicht identifizieren. Aber ich glaube es ist die Maske, Alter. Er will so partout nicht rausrücken hier. Weil das nur geht, wenn du das selber gemacht hast. Was? Steht noch bei Unrecht dran. Nein! Aua! Die wollen mich umbringen. Na klar, bring ich dich um. Ich hab dir gesagt, das liegen. Das ist ne Falle. Ja. Wir haben auch die Rechnung unter den Matze gemacht. Mhm. Mhm. Ah, dann aber er. Malen Meckung. Ja, ich hab dir. Ja, ich hab dir gesagt. Ich hoffe, sie ist es auch. Gorilla, was ist ein Gorilla? Ist das die Maske? Ja, ja, deine Affenmaske. Ich denke, der hat eine Schweißermaske auf, der Idiot. Ja, als Affe, ja. Als Affe. Als Affe. Ja, Gorilla. Achso. Achso, mit Affe draufgemalt. Ja, ja. Ah, okay. Tatsächlich noch zwei Bärs erschossen hier. Wie viele warnten das hier? Ja, wir drei sind schneller. Das ist ein bisschen übertrieben. Woffchick, der war der Wichser. Drei Killed bei Woffchick, Matske. Das ist dumme Kinder. Ach, ja. Und die schöne Gorilla-Maske ziert meinen Stash. Mein noch. Das siehst du, da hättest du gar nicht gebraucht. Was willst du, was schleppst du das? Na klar nehm ich dir doch nochmal mit. Ja, warum? Denk mal an deine Kumpels, du Ekoistenschwein. Du kannst demnächst deine scheiß Quests alleine machen. Dann stehst du nämlich da und weißt nicht, wo links und rechts ist. Wir haben doch noch gar keine Quests von mir gemacht heute. Was? Willst du mich verraschen? Du bist bloß immer draufgegangen. Das war nur immer ein Versuch. Dafür kann ja keiner was. Jämmerlicher. Außer du. Wir aber nicht dafür, oder? Nee, hab ich doch nicht gesagt. Ey, ich krieg nur einen. Du bist ja richtig billig, Alter. Ich krieg nur einen Rubel für deine scheiß Marke. Was? Ja. Wahrscheinlich, weil du Freund von mir bist. Ja. Das ist ganz egal, ja. Da kriegst du noch einen Rubel mehr. Kann ich nicht mal einen Reibach machen. Einen Rubel. Der ist so ein Scheiß. Das ist wirklich Spiegel. Die kannst du auch. Ich schau das nicht so aus. Das ist ganz gelade. Das ist ein Schmerz. Ich hoffe, das tut mir beim nächsten Mal.